Greifox sagt mir vom Namen was, da hat er was mit dem Ursprungs Metal Gear zu tun. Das war der, ich sag mal, das war einer von Foxhound, Foxhound war die Spezialeinheit von Metal Gear, wo da halt auch Snake mitglied war, das war scheiße. Ja. Und, ja, und das war dann halt einer von denen und der ist dann irgendwie gestorben und dann kam der mit Metal Gear Solid, kam auf einmal wieder und war dann so ein super Psycho-Ninja, der dann auch ziemlich einen verpackten Kopf hatte anscheinend. Ähm, wie hat er gesagt, nenn mich Deep Throat. Ja, Deep Throat. Da weiß man doch was in den Büros von Hideo Kojima so... Ja, warum denn? Das musst du mir zu erklären. Ach, und auch die Zuschauer, die sind nicht alle so schlau wie du. Na, dann... Die sind auch nicht so schlau wie du. Ja, ja. Die gibt es nicht auf den Herrn, hat er euch wieder eingefallen. Genau. Tja. Hier, das hast du gerade nicht mitbekommen, weil du gerade ja völlig... Ja, ich bin voll... Hier hinter diesen... Dings ist beispielsweise auch eine versteckte... Ein verstecktes Leben. Du musst es freischalten und dann kriegst du ja ein Leben. Das war gerade durch den hohen Ton, den du dann beim Schneiden wiederhören wirst. Ähm... Hier wird nicht geschnitten. Ach, hier wird nicht geschnitten, okay. Da wirst du dann nämlich mitkriegen. Mensch, hier piept doch irgendwas. Ah, okay. Haben wir noch irgendwas anderes, was überhaupt nicht zu Castlevania passt, was wir jetzt hier ansprechen könnten? Wir haben jetzt so viel über Metal Gear geredet. Denken wir doch mal über... Was anderes. Hm. Ja, das ist Castlevania. Das passt aber zu Castlevania. Das ist der vierte Teil. Das ist der vierte Teil. Und entsprechend gibt es den zweiten, ersten und dritten Teil. Also, so genau mit der Chronologie haben die das nicht. Die haben den ersten Teil haben die für, ähm, für das NES rausgebracht, für das NSX, wenn ich mich nicht täusche. Und, ähm, ich bin nicht geliegend, glaub ich, auch noch für andere, äh, Spielekonsolen damals. Ähm, der zweite Teil kam dann, warte ich weiß, exklusiv fürs NES raus. Spielt auch direkt, äh, chronologisch nach dem ersten. Du musst, äh, du bist praktisch verflucht worden und musst halt, äh, Dracula nochmal eine auf die Mütze geben, dass dann dieser Fluch auch gebrochen ist. Also, das, das ist so das Typische. Du musst die Hexe, die dich verflucht hat, töten oder du musst dich dann entbannen. Schwierig wird's bloß, da Dracula ja schon tot ist, musst du den... Wie erst? Ach, du musst den wiederbeleben und dann töten? Ja, du musst die Einzelteile sammeln von dem, die noch irgendwo im Land verstreut sind. Nice. Um den dann wieder zu beleben. Cool. Das gefällt mir. Äh, wir fallen jetzt hier irgendwie... So ein, so ein, fällt gerade wie, so, äh, supergut zum Ghost zu einem. Sagt ihr doch was, oder? So von Konami, genau. Ähm, hat sich das, äh, ist das so ein bisschen das Vorbild von diesem Spiel? Ich weiß nicht, äh, Ghost and Ghost und Castlevania müssten fast gleich alt sein. Ähm, Ghost and Ghost hat ja eigentlich seinen Ursprung auch auf irgendwelchen, äh, hier, Arcade-Maschinen, irgendwelche Spielhallen. Und Castlevania war, glaube ich, nie Arcade. Ähm, kann man aber, ich würde mal sagen, dass da die E-Node ankriegt. Also es ist auf jeden Fall ein Arcade-Stil drin. Hm. Ja, ich weiß nur, gut und groß, äh, war, äh, war ja, 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 war ja. Weil ich das jetzt nicht richtig, wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht auch ermüsste, dass so sein. Und, ähm, das dann natürlich für die Heimkonsolen und Computer, äh, also für die Heimcomputer, wie es damals hieß, ähm, auch erschienen ist. Und haben sich dann da Leute hingesetzt und haben dann halt irgendwann das Spiel durchgespielt und waren dann übelst froh, dass sie es halt geschafft haben. Und irgendwie wurde dann so eine Art eigenes Genre begründet von Spielen, die nicht schaffbar sind. So irgendwie, hab ich zumindest davon gehört. Ich kenne eine Menge Spiele, die für mich nicht schaffbar sind, aber das sportet mich jetzt nicht an, selber so ein Spiel zu machen, die nicht schaffbar sind. Keine Ahnung. Also die Castlevania-Serie ist, ich würde mal sagen, nicht ganz so krass wie Goals and Ghost oder dessen Erpflegung. Ja, das mag man. Aber Castlevania hat trotzdem seine Darinsatzberechtigung damit, dass es doch damit schwierig ist, dass man sehr viel auswendig lernen muss. Also ich habe diesen Teil jetzt gefühlt 100 Mal schon durchgespielt. Allein heute? Nee, heute nicht, aber schon einen mindestens. Und durch die Erfahrung und einfach auch, dass du weißt, wo die ganzen Gegner sind, wo die Fallen sind und dergleichen, wird das Spiel erheblich einfacher. Das ist gerade natürlich als Rat bei Castlevania, dass du als, ich habe gesagt, Neuanfänger dort ziemlich aufgesucht bist. Richtig. Also entweder hast du da schon andere Spiele gespielt, die ähnlich schwer sind und ähnlich ausgesucht sind. Wie Goals and Ghost. Oder Megaman. Oh ja. Wo man sich gewöhnt ist, auswendig lernen zu müssen. Massiv. Wecker, wir hatten ja vorhin das Thema schon mal, dass ich einen Castlevania-Teil schon mal gespielt habe. Und jetzt, wo ich ihn sehe, kann ich dir mit 100% Sicherheit sagen, das da ist es. Okay. Wenn du so ein Stückchen herangehst, könnte ich die Leute auch sagen. Wollt, ich brauche ein bisschen Platz. Ja, ein bisschen Platz. Hoppa, Entschuldigung. Ist egal. Ja, das habe ich vorhin, da bin ich schon durchgelaufen, während ihr beim Dönerdaten wart. Na ja, also jetzt kann ich es dir mit 100%iger Sicherheit sagen. Genau, dieser Teil ist es, den ich schon mal gespielt habe. Und jetzt vielleicht bis zu dem Abschnitt immer komplett durch. Weiter bin ich persönlich nie gekommen, so als Neuanfänger. Hm. Bist du sehr schnell relativ leicht aufgeschlossen in diesem Spiel. Wenn du nicht weißt, wo du landen musst, wenn du, wie du schon sagtest, keine Ahnung hast, wo die Fallen sind. Und einfach die Erfahrung fehlt dann. Das ist richtig. Also es gibt auch einige Taktiken bei einigen Endbossen, die musst du dir erarbeiten. Du hast, also wenn du jetzt hier ziellos da rein rennst und rumhackst, hast du wenigen Erfolgsaussichten. Aber wenn du genau weißt, wo die Schwachstellen liegen, dann geht das in relativ zügig. Ja. Wie ich auch bei Mega-Man schon gesagt habe, wenn man einfach weiß, wie es geht, dann ist es auch einfach. Ich hatte vorhin das Phänomen, dass viele Gegner es doppelte ausgehalten haben von dem, was sie sonst eigentlich aushalten. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es kommt so ein Hard-Mode-Cheat eingegeben. Ich habe es original auf der Konurde gespielt. Ich weiß nicht, wenn jemand jetzt aus dem Stehgreif weiß, wie man aus Versehen vielleicht eine Idee schwerer stellen kann, dann immer her mit der Info. Ich weiß, dass wenn man Castlevania einmal durchgespielt hat und gleich im Anschluss das nochmal durchspielt, dass man dann eine schwerere Version spielt. Aber das ist mir nicht bekannt, dass man das aktivieren kann, ohne es durchzuspielen. Also du hast es gespielt, aber ohne es vorher durchzuspielen. Ich habe es früher schon in die Konsole eingelegt. Hinten im Spiel war es dann noch immer schwerer. Ja, die Skelette, die jetzt gerade auch eben eins gewesen ist, die halten sonst eigentlich, weil es aus dem Stehgreif, ein Schlag aus. Die mit der Rüstung 2 und ja, halt so ein paar Details, auf die man sich auch verlassen kann. Und dann auf einmal halten die doppelt sich hier aus. Das ist sicherlich verroben im ersten Moment. Ja, es ist ein höhere Schwierigkeitsgrad, mit dem man arbeiten muss. Ja, es ist halt so sehr ungewöhnlich, dass sich das halt mitten im Spiel auf einmal rein stellt. Das ist doch außer, es ist irgendwie ein Schlager aktiviert, den man eingekommen hat, den KMZ. Ich weiß es nicht. Hast du vielleicht in den Hard-Mode geglitscht? So durch den rückwärts die Treppen hochgelaufen oder sowas? Das haben schon andere vor mir gemacht. So, beste Voraussetzungen bei dem Boss hier zu gewinnen. 99 Herzen, das heißt 99 Bumerang und ja, dreimal Bumerang. Bumerang, volle Kraft, kann nicht leichter werden. Das ist der Easy-Mode. Jetzt hat er dich abgeschlossen. Das Einzige, was ja trotzdem noch schwierig ist bei Castlevania und was auch bei den vorigen Teilen immer der absolute Knurr ist, du wirst zurückgeschmissen, wenn du verletzt wirst. Macht sich bei Plattformen äußerst schlecht. Ja, fett. Oh, easy. Also ich wollte das nächste Level noch machen, einfach um zu zeigen, was das Sub-Nintendo kann. Weil genau das nächste Level ist das, wo das Sub-Nintendo richtig mit seinen Fähigkeiten glänzt. Der erste End-Boss hat beispielsweise Transparenzfähigkeiten, die, also das Sub-Nintendo hat die Fähigkeiten und die werden bei dem ersten Boss schamlos ausgenutzt. Und nach dem ersten End-Boss sieht man einen richtig, äh, richtig starken Mode-7-Effekt, also dieses Drehen von Objekten. Von Grafiken, Drehen und Zoomen war das ja. Hm, genau. Und Verbiegen. Die könnten auch, also ich kenne Grafiken, da ist das ein bisschen verbogen. Äh, ja, bei Mario Kart oder so. Das war aber dann der Super FX-Chip, der die arbeitet. Das war dann der Spezialchip. Genau, also alles bis auf Kippen kann das, ähm, Sub-Nintendo von selber, also drehen und zoomen kann es, aber wenn du was kippen willst, was aber an der Rennstrecke von F-Zero oder gleichem notwendig ist, dann brauchst du einen Spezialchip, der der abnimmt. Okay. Ausbranche, ne, ne Menge Stuff-Din, aber du in die Konsole reingeproden hast. Du musst so ein ziemlich guter Traum-mäßigste gewesen sein, was es damals gab. So, hab ich schon den Eindruck. Ich hoffe, man hört mich. Wow, ich bin hier ganz weit weg vom Mikrofon. Wirst du nacharbeiten. Oh ja. Ich werde mich so ärgern, dass man mich da nicht hört. Ich spreche mal lauter, vielleicht hört man aber mein Echo. 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 So, jetzt kommt der erste Endboss und der ist absolut einfach in diesem Level. Und das Feuer machen ist nur, ach ich, ich seh's schon, der Schatzparek. Und noch mega Zunge. So, das war der erste Endboss. Es geht weiter, das ist nur ein Zwischenboss. Der richtige Endboss kommt dann noch. Also, das Level ist jetzt hier auch so eine Sache, da musst du wissen, was du tut. Hier kannst du nur mit Auswendiglern weiterkommen. Und du darfst den Daumen nicht loslassen. Das ist Mozart. Äh, du darfst den, die Tasten nicht loslassen. Den Daumen hast du ja erfahren. Du darfst den Daumen nicht loslassen. Ja. Mit den Abfällen bist du jetzt aber schuld. Und jetzt? Und du sollst nicht wegkommen. Und dann dreht sich dir das Räumchen noch weiter? Ja, das dreht sich noch weiter. Und dann kommt, äh, ein Hintergrund, der, ja, Epilepsie hervorrufen kann. Also, äh, wer hier an fotosensitiver Epilepsie leiden sollte, der möge dann seine Augen zumachen, bis wir sagen, jetzt kannst du wieder. Aber wartet doch ab. Also, wenn ihr dann am Ende wie die Simpsons in Japan auf dem Boden rumkauft, weil da irgendwie dieser Roboter so einen Flash macht. So ähnlich stelle ich mir das gerade vor. Bitte, 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 bitte. Ich mach einfach nicht. Hier ist auch ganz wichtig, wenn man das nachspielen sollte, nicht die maximale Länge der Peitsche ausnutzen. Das ist in dem Abschnitt völlig falsch, weil da unten sind, naja, einfach nur Stapeln. So. Achtung, Epilepsie vorbekommen ja. Das ist auch der Mode 7. Das ist Mode 7. Ähm, die, die Optik, die praktisch jetzt diesen 3D-Effekt hervorruft. Normalerweise wäre es ja bloß, dass der Hintergrund rauf und runter läuft, wie bei einem, äh, Laufband, und dann wieder zurückläuft. Und das wird aber durch den Mode 7 im Hintergrund ermöglicht. Diese, diese leichte Neigung wird durch, so eine Art Shader wird man heutzutage dafür verwenden. Ja. Und das macht eben die Grafikeinheit hier und... Das ist eine Funktion, die halt eindruckschöne ist. Ich glaube, wenn man das in der Demo laufen lässt, so der damaligen Zeit, da hat man... Wenn du das hier im Kino spielst, dann wird doch bestimmt einigen Leuten schlecht werden. Ah, brauchst du so ordentlich... ...kopfstöten, dann ist es da wieder... Jetzt stell dir das mal noch... ...stelle dir das jetzt mal noch in echten 3D-Pro. So, mit 3D-Briller und bla. Das können wir doch bestimmt programmieren, da tun wir die Hintergründe... Mensch, ich will jetzt hier hoch. Geht doch. Fällt mir gerade nur dieser Film Event Horizon ein. Da ist so ein ähnlicher Effekt bei... ...dann ist es so im Gang drin. Da musst du auch zweimal hingucken, um erstens zu merken,